ja mit diesem innigen blick willkommen zurück zu einer neuen folge phasmophobia mit dem nagun den marco der sandra und meiner wenigkeit dem fresh dumbledore heute wieder in der richview roadhouse das ganze auf profi wir haben drei tolle modifikatoren die ich schon wieder vergessen habe gerade eben genau und damit geht es jetzt in die nächste runde viel spaß zu viel weed der fresh dumbledore stimmt ja also ich nehme die box noch mit weiß ich kann auch auf laulich ja aber für drei termometer hat die geisterbox habt ihr ein buch habt ihr geisterbox hammer buchhammer nehmen mal uv noch mit denkt an den knochen erst den knochen sammeln bevor irgendwas anders gemacht kann ich noch mitnehmen kameras zum knochen immer mit taschenlampe mit jo na dann let's go suchen wir mal den knochen natürlich ideal ich habe jetzt das schwarze licht genommen ans tisch ja das darfst du aber das sprachen lernen ja jetzt darfst du es benutzen das schwarze licht bisher dürftest du es nicht nutzen ja badezimmer hier fünf grad das könnte noch die vierte mädchen also laufen dein leben wir dürfen schon laufen ja ja aber nicht verstecken ja ja ah ja wo bist du schreibe in das buch wo bist du in unserem zeichen gefrier gefrier antwortet ihr nur auf alleine hat man natürlich wieder nicht gecheckt ja doch gruppe 1 und wir dürfen nicht mehr raus ja ja das ist schon klar ja das stimmt wo soll ich denn noch großartig versuchen mach das licht an breezy gib uns ein zeichen oh huch jetzt geht das schon alles nur zu schnell ja gib uns ein zeichen wo bist du gib uns ein zeichen gib uns ein zeichen gib uns ein zeichen wo bist du wo bist du wo bist du wie alt bist du rmr4 bist du rmr5 ne gib uns ein zeichen gib uns ein zeichen wo bist du wo bist du wo bist du mit oh mir scheisse egal scheisse egal oh mein gott ok er läuft Haben wir noch irgendwas vergessen? Wo bist du? Hä? Was sagst du, René? Voll durch meinen Kopf durch. Voll durch meinen Kopf durch. Haben wir alle Beweise? Wie alt bist du? Wo bist du? Kannst du mich hören. Wie alt bist du? Gib mir doch ein EMF 5, bitte. Oh nein. Run! Lauf! Oh Gott, wir sind so tot, Leute. Oh mein Gott, ich sterbe, Alter. Sandra stirbt schon wieder. Ich weiss, ich rauf um das Auto. Okay, das ging gut. Ich rauf um das Auto. Hilfe! Aber die Tür, dürfen wir zumachen? Ja, ja. Da hat die Tür offen gelassen. Ja, man kann gar nicht ums Auto laufen. Das ist ja ne Sackgasse hier drin. Oh verdammt. Wie denn seine dumme Idee waren das? Was ist denn alles da? Wo ist der René? Hallo. Ich bin auf der anderen Seite von dem Haus. Hallo da. Okay. Ja, Leute, das zählt als versteckt, was ihr da macht. Nein, du kannst ihn durchlaufen. Echt? Nein, du kannst mich durchlaufen. Ja. Ah, ich hab mein Auto. Wollt ihr mich verarschen. Und ich geh hier fast todesmutig zur Tür raus. Oh, mein Mut geht's nicht. Okay. Hallo. Ich hoffe, das kann kein Dämon mehr sein. Wenn der auf einmal Rage trägt und hier am Dauerpumpen ist. Das war nicht witzig. Wo bist du? Oh mein fucking Gott. Was? Ist der vor mir? Nein. Nein, stopp. Doch. Oh mein Gott. Sandra, hinter dir. Oh. Nein. Ich will nicht. Nein. Leck mir am Zickerblick. Nein, René. Ich will nicht gehen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht um das zu rühren. Ich will nicht um das zu rühren. Ich will nicht um das zu rühren. Halt nochmal hin. Mein Gott, Alter, ich schwitze! Oh mein Gott! Oh shit, der ist hier! Oh fuck, der war noch mal da! Oh mein Gott! Alter, ich war oben die ganze Zeit! Holy shit! Wie hast du das überlebt? Oh mein Gott! Alter, ich schwitze! Ich hab gedacht, ich sterbe! Ich hab gedacht, ich sterbe! Ich hab gedacht, ich sterbe! Nöööö, hinter mir! Ja! John, du stinkst! Das weiss der! Komm, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wenn der EMF angeht, Alter, dann können wir mal die Sänger farsch! Hey, wenn ihr mich da einst... Ah! Spuck ich schon! Wie alt bist du? Putzen! Ey, das war ich nicht! Haben wir überhaupt mal richtig nach Fingerabdrücken gestaut? Nööö, ist klar, also echt nicht! Ich hab keins! Was haben wir denn? Huserbrücke! Huserbrücke! Fotografieren! Ja, aber das bringt nichts! Wo? Alter, hör jetzt auf die Scheiß Tür zuzumachen, Alter! Ich hab jetzt den EMF reingelegt! Hallo? John? Ich hab keine Lust mehr auf EMF! John? Und jetzt? Wo bist du? John? Kannst du mich hören? Wie alt bist du? Bist du hier? Motherfucker! Oh Gott! Alter! Lass mal noch zur Tür zu, Alter! Weil du mich verarschst! Ich hört! Ich weiß auch nicht! Hört schon! Du kleine Stinkmubbel! Ja, Marco! Das geht von hier! Wo ist der René? Mach da mal ein Foto von dem! da ist nein dann guck ich halt war oh mein gott auf einmal stehen wir face-to-face was war das noch mal knochen und dann und dann benutzen wir kein licht das mal an machen das soll das mal aus machen gib uns ein zeichen schweiz 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 stirb nicht Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so schnell auf einmal! Ey, das kann nicht sein! Oh mein Gott! Oh Gott, er ist da! Er kommt in die... Er macht die Tür zu! Nein, nicht! Was? Ich hau mich weg, Alter! Alter, ich bin vor Gears Klavier gelaufen! Ich hab den Weg gefunden! Was ist los? Wo seid ihr denn? Wo bist du? In der Garage! In der Garage! Ja, ne? Ja... Ich guck doch mal zur Tür raus, oder? Oh, ich auch noch! Hä? Okay, ich guck dich raus! Echt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ja, es kann ja dann eigentlich nur noch Geister Orb sein, oder? Du dumme Sau! Wo bist du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Ist vorbei, ist vorbei! Hä? Ja! Minus 1? Was? Was? Wie viel? Wie viel? Wie viel? War 4! Ja! Ja! Das ist das Ohr! Pummetto! Haha! Samba! Spicker oder was? Oh mein Gott! Ha! Das bin ich nicht! Das bin ich nicht! Rene! Ab in die Kammer! Leute, Leute, da ist es zu schlafen, zu schlafen. Winziger, da bist du ein Arsch. Hallo. Halt Michael noch, lebt denn der Al... Lebt denn der Al... Grüße gehen an der Stelle doch mal raus an den Scratchi. Für diese grandiose Ehe. Ja, guck einmal raus, ob der da ist. Ja, genau, René, du musst jetzt mal gucken. Jeder hat bis jetzt einmal geguckt, nur du noch nicht. Let's go. Du bist immer links abgebogen. Los, René. Los, raus. Hast du ihn gesehen? Garage. Ist er da? Garage. Geh mal in den Kerl schauen. Ja, Marco, geh alles, mach doch mal. Garage. Okay, Geist, du hab eindocken. Ja. Meint ihr? Kein Zeichen, oder? Wir müssen einstimmig. Ich wär dafür. Nein. Okay, dann nicht raus. Ne, Waschbecken. Achso, du. Alter. Ja. Ja, dann, let's go, Marco. Du bist der Einzige, der dagegen ist. Das könnte noch EMF. Ja, dann. Oder UV. Dann nimm doch mal dein EMF. Du kennst dich doch damit so gut aus. Da liegt ja da. Der liegt ja da. Der hinter steckt dann schon aus. Holz, Michel? Lebst du noch? Ja, lass mal das Licht an, oder? Wir sollen's mal ausmachen. Wo bist du? Achso. Eher nach 4. Genau, witzig. Was? Du kannst du nicht sein. Ist das dein Arsch? Ja, und jetzt? Deine Fingerabdrücke können's nicht mehr sein. Wie? Könnt's nicht sein? Ja, es gibt doch durch. Okay, dann sind wir jetzt alle für Orb. Was? Kann's nicht sein? Achso, oder? Fingerabdrücke, oder? Ja, Fingerabdrücke. Dachte ich eben auch. Ich fahre. Ja, die können's nicht sein. Nee, die können's nicht sein. Na, hallo. Wir haben das Buch, und wir haben die Finger. Okay, ich hab jetzt das Orb. Seid ihr für Geister, Pups. Ey, das war jetzt doch nicht Orms, oder wie ich? Okay, jetzt ist es... Ja. Ja, jetzt ist es der Ziegel. Ja. Holz, Michel. Lebt denn der alte Holz, Michel noch? Ja, er lebt noch. Es gibt nicht. Oh, jetzt sind wir safe. Ich wünsche was. Los. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? 4x5. Angst. Jage uns. Jage uns. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Was ist mit dem los? Etwas läuft bei dem Schiff. Bist du aggressiv, oder was, ja? Nö. Du hast nen Vogel in deiner Nase. Was, der hat nen Vogel in seiner Nase? Komm, check mal Orb. Zeig mal den Vogel in deiner Nase. Dreh dich mal. Der hat nen Schlicht aufgelaufen. Definitiv. Na. Da war's im Spiel. Da Drop. Nice. Und Abfahrt. Gute Arbeit. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst nen Like da, über ein Abo wird man uns auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut mal rein und tschüss. Und dann würde ich natürlich nicht in seiner, wie weit oder wo es denn wie ein还是 Sleep. Ja, bis zum nächsten Mal. Du bist. Vielen Dank.